hallo und herzlich willkommen ich begrüße euch recht herzlich ich bin der laut und das ist 3 und in der letzten episode haben wir das tutorial durchgespielt das hat ein bisschen länger gedauert weil wir am anfang ja noch uns die ganzen anfangs sequenzen und tutorials und plan angeschaut haben ja genau dann kam ja das tutorial wo man den schwertkampf und alles mögliche geübt haben auch unsere sinnesfähigkeiten und dies und das und ja jetzt sind wir hier mit unserem guten hexermeister unterwegs wäre mir glaube ich heißt der gute ja und jetzt gehen wir doch gleich mal weiter dass wir heute ein bisschen was von der landschaft mal sehen ja und jetzt haben wir noch eine frage bekommen von wäre mir was mit uns los war und mir was geträumt haben und ja was antworten mir drauf ich habe von kermohan geträumt ich würde lieber nicht drüber reden naja komm wir reden drüber er begann im gästezimmer in kermohan ich entspannte mich in der wanne und neben mir war jennifer seltsam nicht sie war nie da mein traum wirkte aber ganz echt hat sie wegen irgendwas herum genörgelt wirklich lebensrecht wir finden sie schon nun dann haben wir mit Prozent sie wie geübt hier im Traum ging ich los und suchte Ciri das waren noch Zeiten kleine Teufelin ich habe Kinder ausgebildet die schneller und stärker waren aber keins hatte ihren Charakter er ist nicht gut ausgegangen oder dein Traum nein die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an ich konnte mich nicht rühren stand da wie angewurzelt Zeit zum Aufbruch Ciri in meinem Träumen vielleicht ist sie in Gefahr ja das könnte man auswählen es war mehr das ist das Problem wenn ich bisher von Ciri geträumt habe stimmte was nicht sie war in Gefahr wir haben sie gelehrt sich gegen alles zu verteidigen auch gegen Geister Zeit zum Aufbruch jawohl es dämmert bald brechen wir auf warte zeig mir den Brief von jennefer vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen du hast nichts übersehen wir sollten uns in Weidendorf treffen das hat sie geschrieben inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen also hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief was sagt man dazu er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbären du wolltest ihn lesen nicht beschnüffeln wir müssen uns sehen bald Weidendorf bei Vysima keine weiteren Hinweise was ist das für ein PS ich hab das Einhorn noch Privatsache ein Einhorn das wir mal als Bett benutzt haben ach das geht ihnen eigentlich gar nichts an eine Privatsache eine sehr private aha verstehe glaube ich jedenfalls vielleicht nicht ganz und das wird wohl das Beste sein zurück zum Thema wie viel Vorsprung mag jennefer haben zwei drei Tage die Spur ist frisch aber sie führt wohl zur Hauptstraße da wäre sie schwer auszumachen warte hörst du das ich höre und rieche es okay oh jetzt müssen wir erst mal richtig kämpfen okay schauen wir mal wie wir ihn schlagen zack bam batsch bumm wir haben auch erledigt wohl zack mehr du Drecksack na da ist noch ein Gool na wir haben ja noch nicht ganz gehabt oder wollte ich mal was ausprobieren aber das hat nicht ganz funktioniert wenn Armeen durchziehen folgen ihnen Nekrophagen gehen wir bevor noch mehr auftauchen mhm 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 so jetzt sammeln wir jetzt können wir das Pferd herbeirufen aber ich glaube wir können auch hier noch ein bisschen was einsammeln oder oder würde mich jetzt wundern ah rufen wir erst mal unser Pferd herbei komm her Gaul schenken wir erst mal hier unser Schwert weg hab ich dir von dem Zauberer erzählt der ständig davon geredet hat wie nützlich sie doch sind weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann nein weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern wusste er dass sie auch lebendige Menschen fressen nein er war bestürzt es widersprach seiner Theorie jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gras wir haben ja noch ein bisschen was zu tun komm jetzt galoppieren wir sogar mal der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil haben wir denn eine Seite? die nördlichen Königreiche Radovits Reich meinst du? Temerien und Adam gibt es nicht mehr Radovitt hat versprochen die alten Grenzen wieder herzustellen sobald er den Krieg gewonnen hat und das glaubst du? irgendwas muss man glauben das hält einen aufrecht komm gib mal wieder ein bisschen mehr Stoff oh ok Sequenz Hilfe Hilfe Luh ha Oh! Ja, sein Lunch-Paket nimmt er mit. Oha! Das ist mehr als nur ein Kratzer. Hm, du schuldest uns nichts. Ein paar Kronen wären nicht schlecht. Na, komm. Wir sind mal gutmütig. Du warst in Not. Wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Fingerkron machen. Es heißt, auch Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Hm, ja, eine Frau. Was schert es dich? Ja, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein. Weck aus dem Keller. Gehen wir. Okay. Dann steigen wir mal wieder auf. Ja. Und weiter geht's. Aha. Bestarium. Dann haben wir wieder einen Eintrag erhalten. Halt auf der Straße X gedrückt, ohne zu lenken, dann folgst du dem Straßenverlauf. Also, ein Reif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blut, Gestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. Besiedelte Gebiete. Du näherst dich einem Dorf. Störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht. Und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit einem Blatt markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexerarbeiten und lokale Ereignisse zu informieren. Alright. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Da steigen wir mal ab. Halt! Halt! Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal! Was? Echser! Mit solchen ungeziefer Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauna. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Brahm angegriffen. Brahm? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer! Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Hm. Ja, Dialoge handelt durch Optionen mit, ja, dem Gold-Section markiert sind. Also, ja, wird ein Handel zu Insta geöffnet. Okay. Wir suchen eine Frau. Ja. Fangen wir erstmal danach. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare. Pfeilchenblaue Augen. Schwarz-Weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, äh, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeeren. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Dialoggespräch beenden durch Dialogoptionen mit, äh, der Sprechblase wird das Gespräch beendet. Ähm, ja, zeig doch mal, was du zu bieten hast. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Schauen wir mal, was wir uns dann schönes kaufen. Ja. Das drücke ich jetzt einfach mal weiter. Also, Brot könnten wir uns auf jeden Fall kaufen. Ja. Kaufen wir uns das ganze Brot. Auch noch das hier. Hm, das könnten wir uns auch eigentlich kaufen. Ja, und dann langt es eigentlich auch mal. Ja. Oh, Karten gibt es ja auch noch. Zack. Na gut, wir lassen es jetzt erstmal. Jetzt haben wir auch genug Geld ausgegeben. Hm, ganz schön was los hier. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Ja, das können wir auch mal fragen. Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Ach, nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Okay, dann... Danke. Für alles. Richtig. Dann fangen wir mal mit der Befragung an. Ob sonst noch einer was weiß, wo die gute Jennifer ist. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So taterisch bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Jennifer. Gerne. Aber denk dran. Besser keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, schon klar. Ich weiß, wie man das macht. Gucken wir mal hier hin. So, befragen wir mal die Leute. So. Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Hm. Ich will nur reden. Ich will nur reden. Bist du Taubstreuner? Hier redet niemand mit dir. Wenn du Gesellschaft suchst, dann steck deine räudige Schnauze in den Trog mit den Schweinen. Hahahaha. Dem Scheißgerl hast du's aber gezeigt, Mieszko. Meine Geduld geht zu Ende. Ja. Beantworte meine Frage jetzt. Und da ist das Hexerzeichen dabei. Ja, damit könnten wir sie jedimäßig beeinflussen. Und da sie uns alles antworten, was wir wollen. Ähm. Aber wir sollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Also erstmal meine Geduld geht zu Ende. Ich verliere gleich die Geduld. Dann rollen eure Köpfe. War nur Spaß. Wir wollen kein Ärger. Habt ihr hier eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung gesehen? Okay. Wir wissen nichts, Meister. Lass uns zufrieden. Ach, guck mal da. So, dann gehen wir mal zu den Leuten. Farben. Wie was? Farben, Gruppe. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Ach du, wie ist es besser? Gerald von Riva, ausgebildeter Hexe. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Wer soll das sein? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen. Nicht für Märchen. Was machst du hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fließt wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde. Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Folian stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen. Sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen. Meinem Hauptwerk. Geh zu deinen Büchern zurück. Schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Ja komm, schreib über den Krieg, wie er wirklich ist. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Hm, sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Hm, 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 hm. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Ja, handeln wir das auch jetzt noch ab. Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Hm, hm. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Ja, komm, leb wohl. Ich muss los, bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Quint? Nein, hab auch keine Zeit, das zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Ja, komm, ein Spiel geht. Hm, warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Schauen wir mal. Willkommen bei Quint. Quint ist ein altes Kartenspiel. Der Zwerge, das den Zusammenstoß zwei Armeen darstellt. Die Spieler sind generelle. Die Karten sind ihre Streitkräfte. Aha. Du beginnst. Okay. Zuerst ziehst du zehn Karten. Das ist in diesem Spiel deine Hand. Du ziehst danach keine Karten mehr. Setz diese zehn also klug ein. Okay. Stärke der Einheitskarten. Dies ist eine Einheitskarte. Die Zahl oben links zeigt ihre Stärke an. Wird die Karte auf dem Schlachtfeld platziert, wird dieser Wert der Gesamtstärke des Spiels hinzugefügt, der sie ausgespielt hat. Aha. Kampfreien der Einheitskarten. Dies ist ein Kampfreien Symbol der Einheit. Das Symbol zeigt die Schlachtfeldreihe an, in der die Karten gespielt werden können. Nahkampf, Feinkampf, Belagerung, bla bla bla. Aha. Spezialfähigkeiten von Einheitskarten. Manche Einheitskarten haben Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeiten dieses katwenischen Belagerungsexperten heißt Moralschub und gewährt allen Einheiten in der gleichen Reihe plus eins zur Stärke. Aha. Wetterkarten. Wetterkarten gehören zu den Sonderkarten. Sie reduzieren die Stärke aller Karten eines bestimmten Typs auf dem Schlachtfeld, auch die deiner eigenen Karten. Okay. Ist ja doof. Neue ziehen. Zu Beginn des Spiels kannst du bis zu zwei Karten abwerfen und neue ziehen. Überspringen wir diesen Punkt für das erste und kommen direkt zum Spiel. Ja, würde ich auch mal sagen. So, dann schauen wir mal, was wir uns direkt mal auswählen. Ja, hier siehst du das Schlachtfeld. Dies ist deine Seite. Dies ist die Seite deines Gegners. Okay. Bei jeder Runde können die Spieler eine Karte auf dem Schlachtfeld platzieren oder passen. Jo. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Anführer. Jeder Kantsatz hat einen Anführer. Dieser Anführer bringt eine Spezialfähigkeit mit, die pro Schlacht nur einmal eingesetzt werden kann. Du kannst die Spezialfähigkeit jederzeit einsetzen, indem du... Aha. Äh. Vierecke drückt hast. Äh. Okay. Alles klar. Ausspiel von Karten. Und drücke X, um eine Karte aus deiner Hand auszuwählen. Und drücke noch einmal X, um sie dem Schlachtfeld zu platzieren. Okay. Dann wollen wir mal loslegen. So. Nehmen wir gleich mal hier der Stärkste, oder? Deadmult. Ja. Gesamtstärke. Die Zahl links bei deinem Symbol zeigt die aktuelle Gesamtstärke. Das kennen wir ja schon. Ich mache jetzt einfach ein bisschen schneller mal. Wenn du am Zug bist, kannst du passen, indem du... Mhm. Drei gedrückt hast. Ja. Okay. Wir fangen jetzt einfach mal an. So. Zeig. Dein Gegner ist am Zug. Okay. Komm. Wählen wir das auch noch aus. Das ist hier die Ballista. Jetzt wählen wir hier diesen Herrn aus. Siegfried von Dennis Lee. Okay. Ja. Dann kommt hier die Kaira Metz noch dazu. Momentan sieht das gut aus für uns. Wenn wir es richtig spielen. So. Dann wollen wir noch diesen Herrn dazu. Den Shelton. Ey. Das ist Shelton. Okay. Okay. Wir haben noch diese Dame hier. Das sieht ganz gut aus. Die nehmen wir doch direkt. Die Sabrina. Klebesick. Aha. So. Du bist am Zug. So. Was nehmen wir dann noch dazu? Ja. Einen da von den Soldaten. Katwin Belagerungsexperte. Genau. Aha. So. Dann kommt der noch dazu. Zack. 33. Okay. Mal schauen was er jetzt noch bringt. Okay. Er hat da ein bisschen bessere Soldaten als wir. Äh. Ja. Bringen wir mal hier. Da die Kälte dazu. Klirrende Kälte. Ja. Schauen wir mal. Oh. Der hat immer noch Karten. Verdammt. Jetzt habe ich nur noch das hier. Ström der Regen. Oha. Könnte ein knappes Ding werden. Ich habe aber keine Karten mehr. Ich habe keine Karten mehr. Ja. Ich muss passen. Sorry. Oder was können wir hier machen? Was können wir hier? Nee. Ich habe keine Karten mehr. Sorry. Oha. 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 Ausführkarte einsetzen. Ja. Okay. Setzen wir die mal ein. Oha. Lebensedelsteine. Die Rundenverlierer verliert auch ein Lebensedelstein. Shit. Das haben wir verloren. Ja. Ja. Ich weiß. Niederlage. Okay. 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 Ja. Na gut. Das war jetzt mal nichts. Tja. Ist kein Spiel für jeden. Man muss analytisch denken können. Wenn du mal in Ochsenfurt bist und gegen einen echten Meister spielen willst, frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber gewinnt spielt er wie keins weiter. Ich denke dran. Danke. 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 Und dann geht es weiter mit The Witcher. Bis dahin. Euer Lautschmer. Auf Wiedersehen.